Hallo und herzlich willkommen auf Susis Cooking Kanal. Heute fühle ich mich mal wieder in eurer Lieblingsperspektive und zwar gibt es würzige Printen. Lasst euch nicht durch mein T-Shirt Verunsicherung, also es ist nicht mehr Hochsommer, aber ihr kennt es ja mit den älteren Frauen, wer nicht, der wird es noch kennenlernen. Auf jeden Fall machen wir heute würzige Printen miteinander und ich werde euch mal vorlesen, was wir dafür brauchen. Wir brauchen 50 Gramm Orangstatt, 200 Gramm Zuckerrübensirup, 50 Gramm Honig, 50 Gramm Butter oder Margarine, 50 Gramm braunen Kandiszucker, 50 Gramm Rohrzucker, einen gestrichenen Teelöffel Zimt, einen halben gestrichenen Teelöffel Gewürznelken, gemahlen, einen halben Teelöffel Anis, eine Messerspitze Muskat, eine Messerspitze Ingwer, eine Messerspitze Kardamom, 300 Gramm Mehl und drei Teelöffel Backpulver. Und für die Printen zum Bestreichen brauchen wir dann noch ein bisschen Milch. Die schwirren mir echt schon länger im Kopf rum, ich habe die letztes Jahr schon gesehen, als sie jemand gebacken hat und heuer sind sie dran, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir starten. Ihr könnt euch euren Backofen schon mal auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Wir machen das jetzt Step by Step. Es ist viel Zucker drin, aber das haben die Printen einfach so an sich und wir machen die jetzt einfach, wie sie im Rezept sind. Ich werde nichts abändern. Das Rezept ist vom Kukidu. Ich muss jetzt noch meine Schuhe anziehen, meine Hausschuhe, ich kriege kalte Füße. Das Rezept ist vom Kukidu und ich würde sagen, wir starten mit 50 Gramm Orangshut. Und das Orangshut wird 10 Sekunden auf der Stufe 7 zerkleinert, natürlich nicht ohne meinen Mixizer. Und danach füllen wir das zerkleinerte Orangshut wieder um. Also seht ihr, das ist jetzt der Nachteil, wenn ihr so weit weg seid, könnt ihr nämlich nicht mehr gescheit in meinen Topf reinschauen. Das Orangshut wird wieder umgefüllt. Oh, riecht das gut. Und jetzt kommt der Zuckerrübensirup. Vorher schon abgewogen, das ist der schwarze. Dann kommt auch der Honig dazu. Und die Butter oder Margarine. Und das Ganze wird jetzt 7 Minuten bei 75 Grad auf der Stufe 1,5 geschmolzen, zerlaufen lassen, erwärmt. 7 Minuten, 75 Grad Stufe 1,5. Alles schön verschmolzen, alles hat sich schön aufgelöst und jetzt kommen auch schon die restlichen Zutaten dazu. Beziehungsweise sollen wir jetzt die Mischung etwas abkühlen lassen und uns derweil herrichten. Ein Backblech mit Backpapier belegt und eine Unterlage, auf der wir den Teig dann ausrollen wollen. Wichtig dabei ist, dass ihr jetzt achtet darauf, dass ihr dann die Printen schneiden müsst. Also ich war jetzt gerade auch so klug und hätte mir eine Backmatte hergerichtet und finde aber jetzt mein, es gibt ja ein Messer, wo man da drauf schneiden darf, aber ich weiß nicht, wo ich mir das wieder verlegt habe, keine Ahnung. Ich bin mir eigentlich sicher, ich habe eins, aber ich werde jetzt dann umschwenken auf ein Holzbrett, damit ich auch gut schneiden kann. Wisst ihr was, wir warten da jetzt nicht lang, bis das abgekühlt ist. Wir geben da jetzt alle anderen Zutaten dazu. Erstmal den Kambis-Zucker, dann den Rohrzucker, was soll da schon passieren. Den vorher zerkleinerten Orangschrat. Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Habt ihr schon gebacken? Also ich eigentlich jetzt, sind jetzt die ersten. Hier habe ich alle Gewürze drin, die ich vorhin aufgezählt habe. Irgendwie will das Feuer nicht so auf mich wirken, das ganze Weihnachtszeug. Mehl und Backpulver. Aber meistens, wenn man dann einmal anfängt, dann kommt das immer erst. Also bei mir ist es so. Dann kommt der Deckel drauf und der Printenteig wird eine Minute und 30 Sekunden verknetet. Und jetzt wissen wir auch, warum wir das abkühlen lassen hätten sollen. Weil nämlich der Knetvorgang bei 75 Grad noch nicht stattfindet. Also muss ich jetzt tatsächlich ein bisserl warten, bis ich kneten kann. Ab 60 Grad knetet nämlich die Maschine erst. Da rühre ich jetzt mal ein bisserl um, dass es ein bisserl kühler wird. Wäre doch gelacht, wenn wir den nicht überlisten, oder? ein bisschen verrühren, dass das warme vom Boden weg ist. Und schon passt es. Jetzt schieben wir den einmal weg. Und ich hole mir mal mein Brett. Und ich weiß auch schon von der Beate, die die Printen letztes Jahr gebacken hat, dass der Teig sehr klebrig ist. Darum bemehle ich mir das Ganze jetzt. Und man sieht es auch schon, wenn man jetzt hier reinschaut. Also der ist wirklich sehr klebrig. sehr, sehr klebrig würde ich fast sagen. Und ich glaube auch, ich nehme ja nicht oft den Thermomix-Spatel, aber ich glaube echt für den Teig nehme ich den jetzt doch. Also ihr seht es. Der piekt schon ganz schön. holen wir nochmal raus. So, mein Häufchen liegt hier. Boah, ich traue mich fast gar nicht dran. Also er klebt echt gescheit. Aber ich glaube, mit ein bisserl Mehl... so schlimm ist das gar nicht. Das hat jetzt beim rausnehmen, hätte ich wirklich gedacht, dass der viel, viel mehr pappt und klebt. Aber mit ein bisschen Mehl geht es tatsächlich. Den sollen wir jetzt ausrollen. 5 Millimeter. Boah, da bin ich ja echt richtig schlecht. Ich gebe Vorsicht sagen, nochmal ein bisserl Mehl drunter. Also das schaut wirklich immer viel mehr aus, wie es ist. Und auch leicht drüber. Und werde dann mal mit meiner Rolle beginnen auszurollen. Also duftend herrlich. Wirklich so lecker. Und ihr seht, also es geht auch wirklich. Das habe ich mir jetzt echt viel, viel schlechter vorgestellt, als ich den Teig gesehen habe. Und wenn ihr dann merkt, er würde mitgehen, dann wird er einfach ein bisserl, dann kriegt er einfach ein ganz leichtes Mehl ab. 5 Millimeter. Und jetzt müssen wir ihn nämlich in 7 x 2,5 Zentimeter schneiden. Ich wasche mir mal kurz meine Hände. Das messe ich mir ab. Es ist natürlich jetzt eh viel geschickter, den richtig quadratisch gleich auszuschneiden, aber das habe ich jetzt eben nicht gemacht. Dann wird er eben nochmal ausgerollt. 7 Zentimeter. Und 2,5. Dann schneiden wir die jetzt einmal und geben die auf unser natürlich vorbereitetes Weihnachtsbackblech. Die Printen sind am Backblech. Hat wirklich gut funktioniert. Schaut, dass er unten schon ein bisschen bemehlt, dass der Teig nicht klebt. Ich habe jetzt zwei Bleche. Hier habe ich noch einen Rest. Den werde ich jetzt dann noch, wenn die ersten im Backofen sind, nochmal verarbeiten. Und jetzt werden die Printen mit Butter, äh, mit Butter, sage ich schon, mit Milch bestrichen. Die Oberfläche einfach mit einem Pinsel. Blanke Milch, also da ist nichts anderes drin. Und dann werden sie 13 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in dem vorgeheizten Backofen mittlere Einschubhöhe gebacken. Das erste Blech printen ist fertig und war bei mir genau 13 Minuten wie angegeben im Backofen. Also als erstes muss ich mal sagen, ich habe vorhin noch einen Rest vom Teig probiert. Wie original. Ich habe einmal tatsächlich erst richtig gute Printen. Und zwar die Arreno-Printen gegessen, die mir die Michi und die Carina mitgebracht haben damals. Und die schmecken eins zu eins genauso. Wirklich mega lecker. Ich halte sie euch mal ein wenig hin. Also toll. Die haben einen Glanz durch die Milch. Man soll die jetzt vom Blech nehmen. Ich habe ja eh unten das Gitterblech. Darum kann ich es da noch drauf lassen und abkühlen lassen. Und dann kommen die Printen in eine Plätzchendose mit einem Stück Apfel. Und da können die noch richtig gut durchziehen. Also das könnt ihr ruhig vorher schon backen. Das Apfelstück immer wieder mal wechseln. Schauen, dass es nicht schlecht wird. Apfel hält sich nicht unbegrenzt. So drei, vier, fünf Tage, denke ich, dürfte kein Problem sein. Und dann wechselt ihr einfach das Apfelstück. Das soll einfach dazu beitragen, dass die Printen schön mürbe werden und einfach gut durchziehen. Freue ich mich total, dass ich jetzt das Rezept ausprobiert habe. Das hat mich letztes Jahr nämlich schon sehr gereizt. Und ich würde sagen, probiert es auch einmal aus. Kein Kunstwerk. Ihr habt gesehen, der Teig. Momentan denkst du, oh Himmel. Aber perfekt, wirklich super. Ich denke, das werden nicht die letzten sein heuer, die ich backe. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Schöne Adventszeit. Backt und macht, was immer ihr auch wollt. Bastelt. Da bin ich ja überhaupt nicht die Bastel-Queen, muss ich sagen. Aber ich glaube, backen werde ich heuer doch wieder mal ein bisschen was. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. und sage Servus um 40. Bis bald.